er wird sonst wie sie das Polen der Sprache Sputniker Sputnikoppe 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 die Jahr an der Kani war es eine Kühle in den Westen die Linien ja auch zu jammeln immer ein paar Jahre wenn ich wieder mal als sehr und vorbeigeschissen ich habe ihn auf zehn bisschen umlaufen aber bei ihm ist schon bergst und mein Gott von ihnen wir haben kein Wort mehr die von sich der Rakete so war wenn man schlussendlich oder Kampen ja die Hörschlug erzielt diesmal machen die ins Blatt die Pflicht für C na das wird nix, ey Alter was die für manövert sie mit den Jets, ne? ja sag ich doch, fixer und jet ne ich wollte nicht grad abschießen mit ner Dingens mit ner, ne? in ner Luft, dann nimmt er die Geschwindigkeit raus und macht das mal irgendwie was weiß ich für ne Drehung, ey zieht komplett hoch und du tust den schon Achtung, das Einsatz zu gut eingenommen schon mal auf B reißen können, die wollen aber nicht viel, die machen uns mal platt oh, Alter, so unfähige Leute, denn da stehen einer da stehen einer da stehen einer und guckt mich blöd an da stehen einer mit Munitionsding in der Hand da wollte nur Munitionsding in dabei stehen einer Munitionsding in da wollen wir zu den Ungarn da mein B, wenn ihr quer über die Wettbewerbe einzunehmen die Oma-Punkte, weil ich das kille äh, kein so jao geht in den Berg echt? ja, fangen aus ja, wandern aus, scheiß auf Krieg ja, das wird gewalttätig lassen wir die Oma-Punkte die Oma-Punkte wir haben das Einsatzziel neutralisiert die Oma-Punkte gehen wir mal zur Tankstelle die Oma-Punkte der killt mir auf dem Weg denke ich, so ein Sniper oder so ihr müsst dieses Einsatzziel verteidigen Achtung, das Einsatzziel wurde eingenommen und gesichert Rennen, Rennen, Rennen Rennen, Rennen Rennen der wird geschossen jetzt kommen wir in der A an, nennen wir A eingenommen A eingenommen? ja, eingenommen A ist eingenommen guck doch, keine Sau runter weißt du wie lange ich schon feindlichen Soldaten nicht mehr gesehen habe? ne halbe Ewigkeit Rennen mit allzuster Vorsicht weiter vor ein feindlicher Elikopter wurde nach dem Gebiet gesichtet Aura mein Gott, ne alle Spakulatien Spakulatius ey, da war doch einer hinter mir ja, wo ist dein Magazin in den rein, ne? lebe lebe da springt er vom Haus, was bist du für ne Pussy? ach da hinab ja, ja, Schatz ich mein, ob der Panzer geht ab gegen den Elikopter, ne? schieß auf den seinen Rohren ja, da müsste er auch sein äh, wer schießt hier auf mich kontinuierlich? man da komm ich von der Seite so unficht die Leute der steht daneben und guckt zu, wie ich hab geknallt werden ach, da belebt er mir auch noch wieder, der der Kotzbrochen, ey Achtung, Einsatz hier gesichert, over Achtung, in eurem Gebiet ist ein feindlicher MG-Schütze hab ich einen Sniper, komm kriegen wir den gemessen? ne, besser abknallen der war schon verwundet nehmen wir mal D ein Achtung, das Einsatzziele wurde neutralisiert, over Achtung, in eurem Gebiet ist ein feindlicher MG-Schütze rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor, over roll, neutralisiert, oder? oh Gott, ey, ich kann nicht schießen mit Pistolen Achtung, wir haben das Einsatzziele erobert, over Tja, ich hab die leider zuerst gesehen Achtung, wir haben einen feindlichen MG-Schütze in eurem Einsatzgebiet gesichtet rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor, over Komplett eingenommen Geht denn der GP ab, oh ja, Alter Achtung, wir haben das Einsatzziel verloren, over Hm, Tankstelle wurde angegriffen Wow Da rennt er mir entgegen, weißt du Ich leid mich von Weitem schon an, ne und dann frisst er meine Kugel Na, was für ein Gleichstand irgendwie Mh, ein bisschen zu, oooh Boah War das denn? Crowler Scheiß Jeep Hör, wo fährt der denn nur? Er hat aber gekillt Was machst du denn da so Dreck hier aufm Dach? Nippan Nippan Du verpasst der aber grad einen Ist hier doch reingelaufen Machst du mal ab hier? Ah, ich fall runter Ich spring jetzt hier runter Ich spring jetzt hier runter Egal Toll Toll Hier, du darfst da leben Da legt er sie direkt wieder hin Guck mal, ihr wisst man sehen wie ich am Fallen bin Zeig dir mal wie ich fallen kann Töses Ja fein Verreckt Pech Hehehe Spoil jetzt bei dir als Sniper Was Hütte davon Hast du sogar zwei Beine Ah, ist auch die SV 8902 oder was? Hm? Da hat er den gekillt, lol den hab ich grad gesehen Double Sniper Action Ja, aber hab' meinen Kopf bekommen Hehehe Moin, mein Gott ist der verschanzt an den Berge Ach du Scheiße Irgendwer schießt hier Ja, genau der Ist tot? Alter, wo liegt der? Der lag irgendwie in den Steinen drin Behindert? Hauptsache der Schlampaner ist Hehehe Ein oder andere Zielfernrohr, richtig Wölfach Fünftisch Aböl, ich bin zweiter, ich mach' gar nix Hehehe Ja, ich kann den mit mir Alter, wir holen auf Nee, trotzdem nicht, erinnert ja nix daran Oh, ja, cool Das sei dazu Ja, darf ich wieder mal aus? Wir haben das Einsatzziel verloren Over Wo zum Teufel liegt der Typ, der Sniper Pinkalab Alter, ist da zwölfach so krank Scheiße Ja, das stimmt, das kann zu weit sein, ne? Ja Na, wenn du jetzt ab zu vorne Brille brauchst, ist na Battlefield Brille, Battlefield Ja, Brille Battlefield Die Bitte Bitte Mein Gott, ne! Die Bittelfield-Brille, ne? Sputte Da läuft der nach am Berg rum Wo? Scheiße, Arsch! Da hin? Da bewegt die ja was Ja, sag' ich doch Ach, da sind Bäume Ja, das ist ja auch noch Oh, ja Ja, klar Wo ist das denn so? Irgendwo auf dem Berg Da ne Zäune Ja, was weiß nicht denn Der rennt jetzt irgendwo runter Da ist er Da ist einer! Ich bin aus den Augen verloren und Scheiß Schieß doch mal bitte Dämmert So ein Elikopter Wo? 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 Da! Seht's denn mal so schnell weg? Wenn er mal stehen bleiben würde Keine Ahnung, ich seh den nicht Da! Da jetzt ist einer hinter den Ja, der gut, der den gemisst hat So ein Affo Oh, dann verreckt der auch noch Kann er nix machen? In den Bergen siehst du aber auch keine Sau, ne? Und so sehe ich auch keine Sau, also Ne? Ja und hier ist so komisch bei der Möpp, ne? In eurem Einsatzgebiet gesichtet Oh Gott! Hm Na komm dann hoch! Fuck! Ich hab halt vonbogen, du Schatz! Awww Was weiter, ey? Wir haben das Einsatzziel neutralisiert, over! Oh mein Gott! Der ist voll idiot! Der springt vom Dach und zerregt Hast du nur auch schon geschafft Ja! 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 Ich hab überlebt So ein Elikopter Im Wasser Oder so Da ist einer! Snapern wir den raus! Hab ich einmal geschafft den Battlefield 3 Dann nie wieder! Ey, wahr sein, ey! Du Spacko, fahr doch weiter, ey! Der versucht ja mit dem Panzer einen Hubschrauber zu holen Ja, macht das schon die ganze Zeit Der wird für seine ultra coole Montage So Dinge zahm Und dann macht er solche Aktionen Ja, er schießt die oder so Äh, ja Achtung! Das Einsatzziel wurde gerade neutralisiert Over! Oh mein Gott! Woher wusste der das denn? Ja, sicher, ey! Ja, sauber! Endlich mal ein Kill beim Sniper, die ganze... So schwer ist das, nicht? Ja, mein Gott! Aber wann seh ich denn mal einen, ey? Oh, da ist ein anderer Punkt, ey! Oh, da ist ein anderer Punkt, ey! Ja, von der Seite! Wo ist der? Da! Scheiße! Da kommt einer gleich zu uns! Einfach geballert! Und so! Ja, da kommt nur einer von links, ey! Ach! Abstauber, ey! Bäm! Mit Schurt! Hihihihi! Genau! Mein Einsatzgebiet ist ein fandlicher Schärmschütze gesichtet worden! Hahahaha! Ja, genau der! oder ein Dreckscheater So, jetzt ist mein Auto dran Kamikaze, das ist meine Berge Komm, fangen wir mal Berge hier Ja, das ist ganz easy Na ja, sieht eng aus Wieso, wir führen doch Ich kann sich gleich wieder ändern Ja, sicher Ey, wieso ne Oma Wieso ne Oma, ey Schmeiß die da hier raus Oh, was machst du denn, Mann? Komm auf, wie das Ding Der Jeep dann ist ein Buggy, oder? Hier, guck mal, guck mal, wie ich den Berg hochfahren kann Ui, Alter Ach, scheiße Ja, episch Komm auf Geländewaden Jawohl Wo willst du hin? Ich seh nix, das ist ein Problem Da ist vollgeraucht 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 Da ist vollgeraucht